moin moin und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge Hogwarts wie ihr seht habe ich immer noch bescheuerten sachen an die es gibt aber wir müssen jetzt uns um was wir uns eigentlich kümmern hier wir müssen uns kümmern um die Handbuchseiten genau ich wollte die Handbuchseiten machen und während wir die Handbuchseiten machen für mich auf machen wir auch gleichzeitig die Duelleistung da sind auch einige Sachen offen und die würde ich auch noch voll bekommen mal gucken ob wir es hinbekommen konflikt konflikt versteckt Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein da war gerade wieder eine Duelleistung die habe ich gesehen unten wir unterbricht den Oberfläche eines brennenden Inferius erstmal wenn wir ihn zum brennen kriegen und wenn du brennst die Bombarde okay so das war's na gut gut müssen wir mal gucken also müssen wir mal gucken wo wir uns noch Handbuchseiten fehlern also hier auf den Dörfern ja sowieso die könnten wir als erstes einsammeln gibt es noch Truhen die können wir eigentlich auch einsammeln also wenn wir schon hier sind lass uns doch gleich die Truhe mitmachen hier das macht glaube ich am meisten Sinn denn die wollen wir auch einsammeln dass wir alle Zaubersprüche haben beziehungsweise alle Verstärkungen haben für unsere Ausrüstung gucken was wir von denen bekommen und man kann gleichzeitig die Duelleistung machen sieht nach Ärger aus na wo wir uns immer holen huch die waren hier alle ja aber nur Muggel fallen bei den Krankheiten zum Opfer ich habe Rappuro so oft überfallen wir sollten doch als sie absolut nicht verteidigen hä gut wir können doch mal die Truhe hier schon mal holen die ist ja irgendwo versteckt ha entweder futtert man das Tierwesen oder es futtert sich entwappt meine Gegner das kriege ich hin huch warte ah habe ich verändert müssen wir noch machen ACHWARCH hier muss ich ein Schloss aufmachen na gut ACHWARCH ich töte ich doch schneller als du hast schon genug hallo hast du eine Erfstung? das war immer da ich wollte ich stelle dich doch nicht so an das glaubt professor hauen nie da haben wir einige tierwesen retten aber das können wir alles so machen jetzt lassen wir gucken dass wir die letzten buchseiten erwischen ich habe hier oben doch immer so fragezeichen seiten gesehen das ist ein ort wie aus dem märchen da irgendwo kürbis limo eine seite hier drüben auch noch mal da irgendwo eine seite werden wir schon alles finden kürbis 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 die Da gibt es wahrscheinlich viele, aber wir müssen, Handbuchseiten sammeln wir natürlich auch. Ich kann ja mal sehen, Handbuchseiten eine von zwei, also es müsste ja noch mehr geben hier oben. Jetzt ist die Frage wo noch, ne? Ja, aber hier ist kein Platz. Hier geht es wahrscheinlich, okay. Wann darf ich denn hier nicht fliegen, das ist doch merkwürdig. Rebellion. Wenn man besenlos wieder fliegen kann. Hier steht gar kein Symbol, dass ich nicht fliegen darf. Nur da. Ah, da bist du ja. Ne. Oh. Rebellion. Das ist nochmal ein Lager, das greifen wir kurz an, dann können wir ein paar Duell-Leistungen machen. Das ist alles ruhig. Angst und schön, dass du mal vorbeikommst. Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? Was ist das? Und jetzt gucken wir beim Bierrichtuch. Krach, kommt da noch irgendwas gleich? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Oh! Oh! Konfingo! Bombay! Konfingo! Gut, haben wir ja schon bekommen. Brauchen wir nicht weiter machen. Wir müssen kurz auf die Karte gucken, ob wir hier eine Seite haben. Also hier steht ja drin, dass es hier oben noch auf jeden Fall eine Seite geben muss. Aber wo ist die Frage, ne? Also hier haben wir alles. Könnten wir hier noch irgendwie vorstellen, ne? Hier drüben irgendwie? Dass hier noch eine Seite zu finden ist. Da! Sehe ich doch auch direkt da. Okay. Soll ich da hinfliegen. Bin ich mal geschmarrnt. Raus hier! Okay. Da ist die Seite. Da wollen wir hin. Mach mal einen Flattermann. So. Da wird jemand... Da wird jemand... Da wird jemand... Was? будущweil! Das ist... Ich bin echt... ... Ich bin echt... ... ... ... ... Ich bin echt... ... Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Perfekter Treffer. Protego. Konstrinko. Konstrinko. Klamm. Mist. Freien Bilderrapierscheine. Die Bilderrappierscheine sind alle schon erledigt. Sollen wir beenden, was wir begonnen haben? Nein. Bildere Spurensuche. Schade. Okay, es klappt wohl nicht mehr. Ja gut. Man kann nicht alles haben, ne? So, ab zur Handbuchseite. Wer sich mit mir anlegt, landet ins... Nein! Wenn der Frieden... Ohohoho. Die Frost. Konstrinko. Vom Wagen. Glatio. Getruder. Die Tierwissen sind jetzt sicher. Gut. Revely. Gut, hier haben wir auch alle. Dann müssen wir woanders nochmal gucken. Also, hier oben haben wir jetzt alle, glaube ich. Genau. Alle hier von haben wir. Prüfungs-Merlin brauchen wir nicht machen. Sammlung und Truhen. Hier gibt es gar keine Seiten. Sammlung und Truhen. Prüfung und Merlins. Ort der Alte Magie. Sammlung und Truhen brauchen wir jetzt nicht. Was hiermit? Handbuch sind zwei von vier. Das klingt doch gut. Dann gehen wir hier zu der. In Hogwarts fehlen mir noch ein paar unter Hox-Meaders. Müssen wir mal gucken, dass wir die noch irgendwie bekommen. Das ist schon schwierig. Bei den Drachenkämpfen, das Ministerium, sollte die Wünferkriegste nicht so streng sehen. Oh, das wird unterhalten. Nur bist du laut. Nein. Halt! Revely. Ich kann es sich einnehmen, weil... Lass das! Contango! Bombarder! So. Den Reduktor habe ich noch. Ich muss mal gucken, wo ich den nochmal herbekomme. Ich weiß das gar nicht. Nervt mich auch, dass ich den nicht habe. Da ist auch noch einer. Wo kann man den Reduktor bekommen? Das muss ich nochmal nachforschen. Revely. Okay. Da ist auch noch eine. Den muss ich noch hin. Gut, gut. Hätte man alles auf den Weg machen können, wenn man so wie anderen Sachen wie die Landeplattform oder irgendwas sammelt. Aber man will ja... Dann ist man nur dabei jetzt sammeln. Also jetzt... So machen. Und man kann nebenbei diese Duelleistung mal machen. Das ist ziemlich gut. Einfach zumindest. Revely. So. Haben wir auch. Und dann ist hier noch eine. Anfliegung von draus hin. Leichtes Abgrasen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Gut. Revely. Gut. Nur noch gucken, was wir hier anderen finden. Also. Hier haben wir alle Handbuchseiten haben wir. Und hier? Handbuchseiten 1 von 1 haben wir auch. Hier gibt es, ja, Handbuchseiten 3 von 3. Region südlich von Hogwarts. Haben wir auch alle erwischt. Hier gibt es noch... Drei Handbuchseiten. Da müssen wir runter. Leine ist direkt hier. Die schnappen wir uns. Und da aus. Gut. Gut. Revely. so cool also das ist ja ganz easy so zu finden bloß beim schloss ist schwierig die ganzen verschiedenen bereiche da habe ich irgendwie kommen sofort schon alles abgehakt habe aber naja müssen wir mal gucken die wien hier noch einmal eine da oder so eine truwe hier das größere sogar gut das heißt hier haben jetzt alle eine viel noch okay wir kommen wirkt wie ein nettes kleines örtchen jetzt haben wir alle hier eine acht von acht hier drüben haben wir fünf von sieben ok hier oben hingehen bleibt hier auf jeden fall das ist ein fliegen gut gut besser ist tun als ihr wachst du bist zum sterben hier was ich werde dann den tod rechnen das war verkehrt aber wir sagen kurz gucken was er nochmal schießt ein schloss das muss mal sehr prumpfer gewesen sein das muss mal sehr prumpfer gewesen sein gut gut ja für leute die jetzt noch dabei sind im hoch kann ich hochwertungsvoll sagen krass dass ihr es geschafft habt noch dabei zu sein weil das spiel an sich ist ja vorbei und trotzdem seid ihr noch da geblieben das ist schon echt nett aber jetzt bin ich mir ganz so spannend wie am anfang das gebe ich zu aber so ist das so ist jetzt will ich wirklich die 100 prozent mal schaffen dann sage ich mir so oft dass ich 100 prozent machen will dann mache ich es doch nicht das ist schon blöd eine müsste doch hier sein irgendwo ne die seite wir sehen hier da habe ich jetzt alle hier achja handbrauchseiten 7 von 7 ok handbrauchseiten hier ist nur eine gehen wir mal runter aber wo ist sie hier in diesem kleinen gebiet keine ahnung müssen wir mal hinfliegen hier muss eine handbrauchseite sein die müssen wir wahrscheinlich selber suchen in diesem mini gebiet hier weh hier 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 Da, Rebellion. Aber was ist das da drüben bei mir gerade? Achso, was ist denn jetzt passiert? Bin hier in so einem Labyrinth drin. Ok. Werde ich da mal nicht reingegangen. Kommt wahrscheinlich nie wieder raus. Okay, das ist gut. Das ist ja gemein, fliegen kann man hier dann ja auch nicht. Wer hat mich voll verpranzt hier glaube ich. Oh Gott, das wollte ich gar nicht, als bin ich hier in so einem Labyrinth drin. Wie beschissen ist das denn? Ich würde ihn hier rausfinden. Halt! Da. Was ist das? Das Labyrinth habe ich nicht geschafft ne? Muss ich hier mal reingehen, warte mal. Diesen Ding. Okay, warte mal. Muss ja hier irgendwie was geben, was man kriegen kann zum Schluss ne? Soll das ganze ja gar keinen Sinn machen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aha, guck mal. Halt bevor wir die aufmachen. Wir müssen unsere Ausrüstung ein bisschen lernen. So. Die Seite haben wir ja, deswegen müssen wir hier nicht mehr gucken. Oder? Haben wir jetzt alle Seiten gefunden? Ja. Da ist auch noch. Handbuchseiten haben wir auch mal hier. Hier gibt es Handbuchseiten. Gibt es hier gar keine? Nö. Okay. Hier. Hier. Gibt es auch keinen? Das ist dann merkwürdig. Hier auch nicht. Da gibt es welche. Zwei. Also eine auf jeden Fall noch. Da. Das ist die mal holen. Wir fliegen von da aus, ne? Darüber habe ich auch welche gesehen schon. Okay. Gut. Die letzten Seiten. Die Seiten noch hier holen. Aber lustig ist es denn da so ein. Auch noch so ein Gebietgebiet. Ich meine, man entdeckt immer wieder neue Sachen. Jetzt habe ich so ein Labyrinth entdeckt. Hab ich vorher noch nie gesehen. Das ist auch abgespaced. Oh, ich wollte einfach Kämpfe machen. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal gehen wir hier runter. Rebellion. Bumpada. Dispulso. Apalacidad. Empedio. Cospinio. Expelliarmus. Dispulso. Bombada. Blöfsälder. Sorgfältig und strategisch. Wenn wir hier fertig sind, geh ich direkt zum Eberkopf. Ähm irgendwie. Irgendwie leid höre ich auch lachen. Ich kasse nur Moment. Die Augen verschwinden. Expelliarmus. Du trägst den geklauten Bomotamiakack. Ich weiß nicht, was du mit Harno gemacht hast. Ich hab's gelesen, was? Ach, du hast doch nur am Treffel befreit, oder? Was wirst du schon bald braun? Ach, hast du einen Moment? Oh, da ist das Witzler. Okay, den brauchen wir denn noch? Ich wäre jetzt... Da ist mein Schnerabfehler. Aus Ecken, Pulto! Die Klingel wird nicht so oft. Du, das ist Pulto! Du verziehst dich, was? Ein ganzer... Halt stehen! Da gilt, du bist ziemlich leichtig. Ah, mit! Ja, jetzt aber. Jetzt ist es passiert. Ich hab' mit dir. Und es war sogar eine Erschwinderin. Ja, war's. Ich glaub dir sowieso kein Mensch. Giftehäins. Giftehäins. So. Guck mal, wir haben noch eine Seite hier finden. Hier haben wir alle Seiten. Hier gibt's noch 0 von 2. und hier gibt es auch noch ne hier habe ich die eine gesehen wahrscheinlich 0 von 2 genau da ist eine die wollen wir uns jetzt so vielleicht auch wieder ein paar Duelle machen ich darf nochmal weiterkommen wer weiß schaut so aus das könnte gefährlich werden was ist da genauer hinsehen nur um sicher zu gehen du gehörst nicht hierhin hier hier oh ich bin geklaut also Ich bin der Fall! Ich bin der Fall! Kürzio! Ah! 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 So, warte, ich kann nicht hoch, ne? Hier muss irgendwo die Truhe sein. Controller! Gut, lass mal gucken. Gab's hier noch eine Seite? Hier muss noch eine gehen, ne? Warte, was ist das? Eins von zwei. Okay, die eine haben wir gefunden hier. Muss noch eine geben. Garantiert hier irgendwo? Oder da oben? Vielleicht auch. Jetzt fliegen wir erstmal da hin. Gucken wir mal. Machen wir überall so'n Ding hier. Wenn wir nicht jetzt irgendwie... Hier ist nichts. Zweifellos schon lange verlassen. ... Planieren sind immer wichtig. Ich hab... Was ist das? Nevioso! Tja! Protego! Nevioso! Hallo hat niemandem was getan, der es nicht verschwimmt hat. Du guckst! Ich hole den Kobold zurück. Von deiner Leiche hoffentlich. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Reveglio! Hier war nichts. Die Karte gucken, wo kann er noch hier sein? Wahrscheinlich hier eher, ne? Mit der Gegend. Würde ich behaupten, weiß es nicht. Gucken wir einfach mal. Reveglio! Dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht. ... ... ... ... ... ... Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Ach man, das ist jetzt aber ein bisschen schade, irgendwie. Wenn die nicht... ... dass die nicht auch eingezeichnet ist. Muss ja alles hier abfahren. Das ist ja auch irgendwie blöd. Hm. Wer habe ich hier eher nie gesehen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Also hier könnte ja doch was sein. Aber sonst wirst du dich nicht mehr... An der einen Seite, die jetzt hapern soll. Ich bin da schon abgefahren jetzt. Diese, an der einen Seite jetzt hapern soll. Kann ich los? Uah, ein Bug! Ich kann nich's machen. Ne, eh, pass. Ja, ok. Oder. ja auch nichts hoffen du bist ein tier du hast genug und niemand da um den sieg zu feiern aber auch hier finde ich es nicht ist doch komisch dass die Seite nicht angezeigt wird hier aber an anderen Seiten wurden angezeigt das macht doch irgendwie auch keinen Sinn das sollte ich untersuchen ich höre aber auch nichts hier ist immer eine fette Truhe glaube ich muss er den Ball ach man ey ok jetzt weiß ich trotzdem noch nicht wo diese blöde letzte verkackte Seite ist hier steht doch oben Handbuchstern 1 von 2 aber wo ist denn wo kann die denn sein wo kann die denn sein bitte vielleicht nochmal hineiern ist das blöd ist das blöd die sahen auch schon mal besser aus hier ist definitiv auch nicht die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, das ist die Frage, wo man da noch gucken kann, ne? Das ist die, wir haben doch die Klagmaküste und da steht eins von zwei. Kann ich gar nicht verstehen, wir müssten sie doch eigentlich alle haben. Hmm, ich weiß es wirklich nicht. Ich muss sagen, ich habe wirklich keine Ahnung. Wirklich nicht. Mir sagt das gerade überhaupt nichts. Das muss doch irgendwo möglich sein, das zu sehen. Ja, haben wir dazu hier, aber das kostet uns zu weit weg. Nur die Frage, warum nicht alle Seiten angezeigt werden, das ist doch eigentlich total blöde. Also vorher haben die alle angezeigt und jetzt die letzte Kackseite hier, die ich suche, zeigt diese Scheiß-Dings nicht an. Das ist doch nicht normal. Finde ich. Meint nicht. Oder nicht. Macht für mich jetzt überhaupt keinen Sinn. Das weiß ich wirklich nicht. Also ich gucke jetzt gerade wirklich, kein Witz, ich gucke jetzt gerade hier nebenbei mal kurz online, ob ich die irgendwo finden kann. Weil das ja wirklich halb bescheuert ist. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein, nennt sich das ein Bug. Kann ja gut sein, dass es so ein Bug ist, wo es nicht funktioniert. Dürft eigentlich nicht sein, ne? Dürft eigentlich nicht sein, dass es so ein Bug ist, wo es nicht funktioniert. Ich weiß es wirklich nicht. Hier steht irgendwas, man kann es da und da finden, aber ich finde es nicht. Ich suche mal eine Karte, was? Hier kann man zum Beispiel irgendwas anzeigen lassen, jetzt an der Seite. Da kann man alles anzeigen lassen, was man will. Aber ich sehe hier jetzt nichts von wegen... Naja, wie nennt sich die Seiten, ne? Sehe ich jetzt hier nicht. Das ist doch merkwürdig. Müsste man doch irgendwo finden können. Die Scheiße. Da vielleicht. Da vielleicht. Hier habe ich eine Seite gefunden, aber... Also eine Seite gefunden, wie ich es anzeigen soll, aber ich weiß, was richtig ist. Da müsste theoretisch eine Seite... Wo will ich hier sein, wo ich gerade bin? Hier. Gucken wir mal. Rebellion. Da oben vielleicht? Hier waren wir doch schon. Hier ist aber keine Seite. Aber laut diesem Plan hier, soll die Seite hier ungefähr sein. Und zwar genau... Bin ich denn da richtig? Bin ich ja auch da richtig, ist die Frage, ne? Gucken wir mal. Also da soll eine Seite sein. Äh, ich verstehe es nicht. Und zwar hier, ey, wie. Da ist ja auch von oben. Da muss er hier irgendwo sein, da war so ein Bereich. Da ist doch nichts. Rebellion. Und vielleicht? Wie ihr wisst, ist das schärfste Werk. Wer mich jagt, den steckt ich ab wie einen Nox-Schwachs. Das war schmerzhaft. Das war für dich schmerzhaft. Das war für dich schmerzhaft. Ah! Crazy. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Rebellion. Also laut der interaktiven Karte soll hier etwas sein oder da oben. Also da muss ich mal gucken. Da. Aber da waren wir glaube ich schon. Ich gucke. Theoretisch könnte auch etwas hier sein. Genau da. Na ja, da so. Wir müssen auch mal hinfliegen. Nerven mich gerade total, dass wir diese eine einzelne Seite nicht finden können. Das ist doch bescheuert oder nicht? Aber ganz ehrlich. Hirnrissig. Rebellion. Wollen wir kurz gucken? Na hier oben eigentlich, ne? Da. Da. Sieht interessant aus. Rebellion. Ne. Hier diese Seite tatsächlich nicht. Das erinnert mich schon kolossal, muss ich sagen. Aber warte mal. Es gibt hier noch eine andere. Da gucke ich mich auch mal drauf. Ist das besser da? Ich gucke mal in die Location, machen wir mal weg. Und ich suche jetzt nur diese, die Karten. So. Die Karten jetzt hier. Sollen wir mal runtergehen? Ah okay. Jetzt sehe ich das nochmal hier ein bisschen besser. Vielleicht kann das mal nicht. Also es soll entweder. Wo ist denn das? Also die Karte sieht auch ganz anders aus. Als meine Karte, finde ich. Das ist auch merkwürdig. Also ich sehe jetzt das da. Das wäre das mal oben, ne? Das sieht man da ja auch. Und dann wäre es, wenn der Klack mal, theoretisch. Das ist echt schwierig zu erkennen. Aber ich glaube, es müsste dann tatsächlich hier sein. Wir testen es nochmal. Also wie ich es nicht finde, dann lasse ich das auch, ne? Dann kriegen wir die anscheinend nie. Und dann werde ich niemals die 100% voll bekommen. Aber das kann ja nicht sein. Hier unten bei dem hier vielleicht? Also wie bescheuert ist denn das? Warum sind die denn nicht angezeigt? Die hätten sie doch mal anzeigen können oder nicht? Finde ich. Gut. Ich werde erstmal kurz reingehen in unsere Herausforderung. Ähm, schon ein bisschen blöd. Aber naja. Da Handbuchseiten. Und die haben wir bekommen. Und die haben wir bekommen. Jetzt fehlen es eigentlich nur die Handbuchseiten in Hogsmeade. In Hogwarts haben wir auch schon alle. Zumindest nicht alle, aber wir haben diese hier voll. Heißt, uns fehlen eigentlich nur noch in Hogsmeade Handbuchseiten. Ähm. Könnte man sich ja holen. Gucken wir mal auf Hogsmeade. Hier sind ja viele Handbuchseiten. Na okay, lass uns leider trotzdem mal hin reisen. Lachen wir hier hin. Oh, hier haben wir, ne? Rebellion. Wir müssen jetzt da rein. Ah. Die drinnen wahrscheinlich, ne? Oh, guck mal da! Hier abgefahren. Schon ekelig auch. Ein paar Sachen aus der Ausrüstung wegschmeißen. Hier im Schaltlicht. Hier drüben. Yes. Hm. Gut. Hier darf ich leider nicht fliegen. Wir müssen hier von Laden zu Laden gehen praktisch. Hm. Okay, hier ist nichts los. Runter. Okay. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. So. 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 Rebellion. Ich habe heute einen Demi-Guys gesehen hier. Oh, ich habe mal kurz die Nachtkarte an, aber ich habe heute keinen gesehen. Ja, wenn er gesehen hat, ist auch nicht schlecht. Ich bin drüben, in diesem Zimmer da. Hä? Rebellion. Ich habe doch gerade gedacht, was haben wir denn hier an demi-Guys? Aber ich habe doch keinen demi-Guys. Oh. Eine Nebentür. Rebellion. Ich bin froh über meine Rebellion. Ja. Ja, offenbar ist er tot. Bellgruff, der Schläger, hat endlich bekommen, was er verdient. Naja, ich glaube, das soll es auch gewesen sein für heute. Also wir werden auf jeden Fall noch versuchen, die letzten Seiten zu bekommen. Aber jetzt hier, die es da rumzurennen, alle Seiten zu suchen, nervt auch ein bisschen. Die Quartier-Teiltrinke sind unsere Spezialität, falls sie welche brauchen. Kann ich hier aber auch nicht besser sehen. Ich kann hier nur die Handbuchseiten sehen, aber ich sehe nicht, wo die überall sein könnten. Das heißt, wir können auch ordentlich was suchen. Dann machen wir aber beim nächsten Mal. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020